so freunde herzlich willkommen auf dem focus on youtube kanal wir nehmen heute eine folge scribble auf mit der weise sind kammer dann noch heili und roe owens eine ganz verrückte kombi hier und ja leute starten wir mal rein ja nach der lostesten passwort runde kommt jetzt gleich ich sehe es kommen ich starte ich starte ja sieht schon wieder schaurig aus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wörter neun wörter oder neun buchstaben? neun buchstaben meine ich was ist das denn? ruhig bleiben mann was ist das? yes hä? ja schwierig ne also hier ist ein typischer fall von je mehr man jetzt malt desto mehr verwirrt ist man ja das stimmt halt wirklich ich habe alles drum und dran geschrieben aus das eine wort kaum kam bro nein wir haben das reingeschrieben wir haben anders geschrieben wir haben lieferanten weiter geschrieben nein gebrochen das ist eine lieferung oh ein bisschen loch what the fuck was ist das? aber ah ah uuuh uuuh boah steifte bin ich geil hm Digge was? boah das ist schwierig was ist denn das? ah ne das kommt auch nicht hin ja haha nervig nicht keine ahnung ich bin schlecht gezeichnet ich bin schlecht gezeichnet salze achso wie soll ich das sonst? das ist schon aufgeschrieben das ist aber gut gezeichnet eigentlich ja was soll ich sonst machen? das ist gut man das ist hart ne leben ist scheiße im Griff Digga was? ich sehe kein Zeichen nee kein Zeichen kein Zusammenhang kein Zusammenhang was ist das? was ist das? uuuh ich habe gedacht Sophia ist gut nicht hey was wird das? boah mach mal rückgängig ja hä? ja nein 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 wie heißt das? klar sache ich kenne das wort ich kenne das nein 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 warte mal he 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 nein wie heißt das? wie heißt das? wie heißt das? nein das unfair ich kenne das wort nicht das unfair das ist das Spiel wo man diese Sachen umdrehen muss das ist soo gut Ich schwör, bei Dany rattert immer die Tastatur, aber richtig. Wir haben aufgehauen in die Tastatur. Wir alle direkt da haben, Julian. Das Grün hat gereicht. Ich warte, ich war fertig. Komm nicht drauf. Einfach aufhören zu meinem Buch. Das zweite Wort ist ein R. Das sehe ich oben. Wir warten ja beide bei mir auf. Prinz. Aber das Ding ist, ein Prinz hat keine Krone. Ja, weiß ich nicht. Nein. Ich bin auch zu langsam. Ich kann sowas nicht. Ich habe auch Angst, dass ich einen Tippfehler drin habe. Das kann auch ganz anders aussehen. Nein, okay. Und hat auch einen. Hallo, nix. Hey. Oh, guck, glaube ich trotzdem nicht drauf. Junge. Ja. Da bin ich dabei. Oh, ja. Digga. Das ist so dumm. Was ne Postkarte. Was? Du hast schon lange gebraucht. Ey, so. Ja. Mein Gehirn ist so hart, ne? Schade, hätte klappen können. Ja. Ich bin dabei. Hä? Ich wusste nur, dass das Wort so gibt. Ähm. Das ist gut. Na gut gezeichnet. Ich hab dich gleich, Kami. Ich hab dich gleich. Ein letzter mit Abstand. Das ist bodenlos. Was ist das? Ach du Scheiße. Äh. Fuck. Das ist gut, man. Mach dir gar keinen Stress heute. Junge, du zahlst mal weiter zu sehen. Das ist bodenlos. Ach, komm. Äh. Wunder, Jungs. Wunder, Jungs. Ich glaub, die Farbe ist verkackt. Fuck. Nein, Jungs. Ja, Cici. Jungs, ist so verkackt. Äh. Ey, mit Arm und so? Was ist das für ein Tier? Garnelo? Hä? Ich hab Schrimps geschrieben. Ich wusste nicht, was ich machen soll soll, Mann. Ei, 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 ei. Ey, da war noch... Die müssen anleitern, anleitern, anleitern. Das ist ein mega schönes... Äh. Der war Pogo, Stick und noch irgendeine Scheiße. Irgendwie einfach hier so ein bisschen green soll. Nicht reden. Was? Hä? Nein, ich hab's auch, ey. Weil ich mich wieder verschrieben hab, Mann. So eine einzige Erzeichnung, das... Man nennt mich Picasso zu Hause. Ey, Mann. Ah, ist doch kein leichtes Wort, ne, ja. Ich hab immer nur noch 40 hin, da kam ich. Ja, ich bin letzter, alles gut, Jungs. Ich bin auch dabei. Hä? Bro. Das ist nicht mal... Das ist nicht mal Haarsch, Alter. Nein! Was denn? Vorbei, Herr. Ey! Hey! Ja,, mir reicht das dann einer... Was ist denn das denn jetzt im Chat, Mann? Die stehen in den Augen schon wieder? ich muss ja auch sagen die fordnet boys sind komplett lost oder was da muss er sagen die fordnet boys sind komplett lost sind bei zwei is zwei ich werde verarscht ich werde verarscht das ja das ist immer dabei ja warum habe ich an jesus gedanken gedacht aber das war gut gezeichnet er war die schlecht muss dir lassen ja schönes ding geholt habe ich dich wieder was zu gewinnen hier man kann nicht immer gewinnen aber war nice try uns beim nächsten mal vielleicht okay freunde danke fürs zuschauen lassen like da und abo wenn das video gefallen hat und schaltet wieder einmal nächstes mal und ja auch rein freunde ciao Ciao. Ciao.